In diesem Video möchten wir über den SIP Scooter Shop sprechen. Dieser Shop bietet hochwertige und robuste Scooter. Außerdem gibt es eine große Auswahl an verschiedenen Modellen und Farben. Zudem findet man eine Reihe an Zubehör und Ersatzteilen, um den Scooter nach Herzenslust zu designen. Was es sonst noch alles gibt, schauen wir uns jetzt an. Herzlich Willkommen bei Dr. Day, dem Ratgeber-Channel für alle Themen des Alltags. Der SIP Scooter Shop bietet eine einzigartige Auswahl an Roller, Skateboards und Zubehör. Mit über 10.000 Produkten hat der Shop eines der größten Sortimente in ganz Deutschland. Egal ob für Anfänger oder Profi, hier findet jeder das passende Equipment für seine Bedürfnisse. Unterhalb des Videos findet ihr in der Infobox einen Link mit mehr Infos und weiteren hilfreichen Tipps zu diesem Thema. Ein Blick in die Videobeschreibung lohnt sich also auf jeden Fall. Weiterhin viel Spaß mit diesem Video. Wenn man nach dem richtigen Skateboard oder Roller sucht, kann man dank der praktischen Filterfunktion ganz einfach das gewünschte Produkt finden. Um den Suchprozess zu vereinfachen, kann man die angebotenen Produkte nach Farbe, Preis oder Hersteller filtern. Der SIP Scooter Shop bietet aber nicht nur eine große Auswahl an Produkten, auch der Kundenservice und der Support sind sehr empfehlenswert. Falls man Fragen zu einem Kauf hat oder es Probleme mit einer Bestellung geben sollte, kann man über eine Telefonhotline direkt Hilfe bekommen. Sollte man sich bei einem Kauf oder einem Produkt noch unsicher sein, bietet der Shop auch die Möglichkeit an, sich beraten zu lassen. So kann man sich sicher sein, dass man am Ende genau das Richtige bekommt. Sehr praktisch ist auch die integrierte Versandkostenberechnung. Der Versand erfolgt in der Regel innerhalb von 24 Stunden und ist ab einem Warenwert von 100 Euro portofrei. Der Shop ist außerdem bekannt für seine regelmäßigen Aktionen und Rabatte. Hierzu gibt es einen eigenen Sales-Bereich, wo man alle Aktionen und Rabatte finden kann. Hier ist immer eine große Auswahl an verschiedenen Produkten zu reduzierten Preisen gelistet. Als weiteren Bonus gibt es einen Gutschein-Service. Hier verteilt der Shop regelmäßig Gutscheine und Rabattcodes an die Kunden. Um alle Vorteile nutzen zu können und alle Rabattcodes zu bekommen, meldet man sich einfach für den Newsletter an. So bleibt man immer auf dem Laufenden und verpasst keine Schnäppchen. Zusätzlich dazu findet man den SIP-Scooter-Shop auf den wichtigsten Social-Media-Kanälen. Dort findet man ebenfalls alle wichtigen Infos und die aktuellen Aktionsangebote. Wenn ihr mehr zu diesem Thema erfahren wollt, klickt auf die Links in der Videobeschreibung. Interessant ist auch die Blog-Rubrik der Webseite. In der Übersicht findet man zahlreiche Berichte rund um das Thema Scooter, Roller und Tuning. Ein weiteres Highlight ist der jährliche SIP Open Day. Immer Anfang Mai treffen sich Liebhaber der Roller-Community und rollern zum SIP-Scooter-Shop nach Oberbayern. Die Besucher erwartet neben einem Teile- und Gebraucht-Rollermarkt auch eine Leistungsmessung, eine Fotowand sowie gute Verpflegung. Ebenfalls traditionell ist der jährliche SIP Joyride im Juni. Hierbei gibt es eine Tagestour mit dem Roller in einer größeren Gruppe. Schaut also einfach mal auf der Webseite vorbei und lasst euch von den vielen Inhalten inspirieren. Über einen Daumen nach oben sowie ein Abo freuen wir uns natürlich. Bis zum nächsten Mal auf Dr. Day! Bis zum nächsten Mal auf Dr. Day!